Die 12, meine Damen und Herren, ist bei uns. Das Stock war 1,71 Meter, Nummer 12, 171. Der erste von zwei Söhnen ist Chaco Blue, aus der Bellissima Bione, von Argentinos Codex Landadel. Aus der Zucht und der Besitz von Stephanie Sardellier, aus Bernhard in Belgien. Aus dem Unterstamm dieses Hengstes hatten wir vor einigen Jahren hier den Publikumsliebling bei Ramos Biolli, vom Sir Donnerall 1, im Dressurlot der Hengste. Die Mutter stammt in Belgien, beheimatet. Vater des Hengstes Chaco Blue, aus Mecklenburg. Dort hat er seine Karriere auch begonnen, auf der Insel Bühlen und Schallplatz. Heute stationiert in Bestück Schocke-Mühle und international erfolgreich unter Andréas Kreuzer. Der ist auch auf der Insel Bühlen und Schallplatz. Der ist auch bei einem Älder in der Schule. Die Mutter hat man, dass die Insel Bühlen und Schallplatz fängt. Die Mutter hat er in der Schule. Die Mutter hat er einfach aus und auf die Insel Bühlen. Der wird dann ab und da ab und da ab. leurs Behehrer von Stefan Ramos. Hier in jeder Generation stehen wir die Landade, meine Damen und Herren, dabei handelt es sich nicht um den riesigen, breiten, gerade bekannten Landade, sondern um einen Belgien eingesetzt, längst Landade als Mann Gotthard, nicht mindre interessant gezogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn die so steil an sind, wenn die so steil weiter tragen, dann haben die Sprung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.